Moin Leute Pyros ID hier mit einem neuen Video zur Fortnite Crew in dem ich euch zeige was das Abo im August beinhaltet. Nicht vergessen Leute wenn euch das Video gefällt dann lasst gerne ein Like da und wenn ihr neu da seid dann lasst gerne ein kostenloses Abo da, das würde mich sehr sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt dann einfach in die Kommentare damit. Solltet ihr Fragen zu Fortnite haben die jetzt nicht dieses Video betreffen dann fragt die gerne in meinem Discord oder schreibt mir bei Insta oder Twitter. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Einmal vorweg, ich gehe hier nicht generell auf das Fortnite Crew Abo ein, sondern nur auf die Inhalte und Neuerungen die uns im August erwarten. Wer Basis Infos zum Inhalt braucht und vorgerechnet haben möchte ob sich das ganze lohnt, der kann jetzt einmal oben rechts auf das i oder auf den Link in der Beschreibung klicken, denn dazu habe ich bereits ein anderes Video gemacht. Aber gut, kommen wir zu den im August kommenden Vorteilen. Dafür schauen wir uns einmal die offizielle Infoseite an. Ok, dann schauen wir mal. Im August besteht das Crew Pack aus einem Skin mit zwei Stilen, Sommersky und Dunkle Sky. Dazu gibt es ein Backbling, eine Spitzhacke, zwei Lackierungen jeweils passend zu einem der beiden Stile und ein Ladebildschirm ist auch noch dabei. Das ist in meinen Augen ein eher schwächeres Crew Pack, ist aber sicherlich Geschmackssache. Außerdem sehen wir auf dem Bild noch, dass natürlich auch wieder der Battle Pass und 1000 V-Bucks mit dabei sind. Ansonsten gibt es keine weiteren Inhalte, was bedeutet, dass es sich noch immer nicht lohnt ein dauerhaftes Fortnite Crew Abo abzuschließen. Warum ihr bei einem dauerhaften Fortnite Crew Abo aktuell drauf zahlt und wie ihr zwei Fortnite Crew Packs zum Preis von einem bekommt, erfahrt ihr, wenn ihr einmal oben rechts auf das i oder auf den Link in der Beschreibung klickt, denn auch dazu habe ich bereits ein anderes Video gemacht. Ok Leute, ich würde sagen wir sind durch für heute. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft weitere Videos von mir zu Fortnite sehen wollt, dann lasst wie gesagt gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, ihr kennt das Spielchen. Vielen Dank für euren Support.